Ein Ford Mondeo steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in dem silbernen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 3000 Kilometern. Die Erstanmeldung bei Ende 2014. Der Kombi verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Isofix-Kindersitzbefestigung, Panoramadach, Navigationssystem, Partikelfilter, Dachrailing, und vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 150 PS an das Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 4,5 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 31.439 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Köbler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Größte Auswahl